Dieses Video-Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie als Dozierender der PHSG auf dem Learning Management System OLAT einen Kurs anlegen und einen Materialordner erstellen können. Nachdem Sie sich erfolgreich auf OLAT eingeloggt und Autorenrechte beim Institut ICTU Medien beantragt und erhalten haben, sollten Sie in der Lage sein, auf OLAT Zellbock Kurse zu erstellen. Ob Sie bereits über Autorenrechte verfügen, erkennen Sie daran, dass Sie in der Müninavigation über die Schaltfläche Autorenbereich verfügen. Mit einem Klick auf dieselbe Schaltfläche erreichen Sie den Autorenbereich. Und hier können Sie über die Schaltfläche Erstellen verschiedene Elemente einfügen und erstellen. Das ist unter anderem ein Kurs, auf den werde ich gleich weiter eingehen. Sie könnten aber auch einen Test, einen Fragebogen, ein Wiki oder zum Beispiel auch einen Blog erstellen. In diesem Video-Tutorial möchte ich zeigen, wie Sie mit dem Kursassistenten in kurzer Zeit einen eigenen Kurs auf OLAT erstellen und im Katalog veröffentlichen können. Sie klicken also hier in dieser Liste auf Kurs und werden nun gefragt, wie der Kurs heißen soll. Bitte halten Sie sich bei der Vergabe des Kurstitels oder des Modultitels an die genauen Beschreibungen im Vorlesungsverzeichnis Ihres Studiengangs. Ich mache hier nun ein Beispiel eines Schwerpunktstudios für das Frühlingssemester 17. Das Schwerpunktstudium heißt Making Macht Schule. Und nun entscheide ich mich, dass ich den Kurs nicht manuell über die Schaltfläche Erstellen anlegen möchte, sondern mich vom Assistenten unterstützen lassen möchte und klicke auf die mittlere Schaltfläche Einfachen Kurs mit Assistenten erstellen. Nun habe ich die Wahl, welche Kursbausteine in meinen Kurs eingefügt werden sollen. Der Assistent gibt mir fünf verschiedene Kursbausteine zur Auswahl. Mindestanforderung eines jeden Kurses ist auf jeden Fall eine Informationsseite und ein Materialordner. Ob Sie die anderen Kursbausteine ebenfalls in Ihren Kurs einfügen wollen, ist Ihnen selbst überlassen. Sie können aber jederzeit auch später über den Kurseditor weitere Kursbausteine in Ihren Kurs einfügen. Mit einem Klick auf die Schaltfläche Weiter kommen Sie zum nächsten Schritt und müssen nun Ihren Kurs innerhalb des Kataloges der PHSG eintragen. Sie klicken also auf die Institution PHSG, dann auf den entsprechenden Studienbereich. In meinem Beispiel ist das nun der Fachbereich Erziehungswissenschaften und dann hier unten der Unterbereich Schwerpunkt Studien. Anschließend klickt man auf Weiter und muss hier nun definieren, wer soll zukünftig auf diesen Kurs Zugriff haben. Falls ich diesen Kurs jetzt schon publizieren möchte, muss ich dieses Häkchen hier aktiviert lassen. Falls ich meinen Kurs zu einem späteren Zeitpunkt publizieren möchte, kann ich dieses Häkchen auch entfernen. Ich würde Ihnen aber empfehlen, den Kurs schon von Anfang an zu publizieren, da es ansonsten leicht vergessen gehen kann und man dann nicht weiß, wieso die Studierenden den Kurs nicht finden innerhalb der Katalogstruktur. Sie wählen hier unten auf Alle registrierten OLED-Benutzer, sollen Zugriff auf Ihren Kurs haben und bestätigen das Ganze mit Fertigstellen. Und nun wurde Ihr Kurs bereits erfolgreich erstellt. Sie bekommen als Ersteller auch eine Bestätigungs-E-Mail per Post und können nun diesen Kurs-Editor bereits schliessen, indem Sie hier oben dieses rote X anklicken. Und so präsentiert sich Ihr neu erstellter Kurs. Hier oben ist der Kurstitel, der entspricht diesem Modul und hier wird eine Vorschau der Informationsseite eingeblendet. Und das ist der im Moment noch leere Materialordner, den wir innerhalb des Kursassistenten angelegt haben.